Mechanik, WPC, International Champion im Halbschwergewicht, Peter Mielasch, die große Schwergewichtshoffnung. Dann habe ich ein Boxerland, sieben amtierende Weltmeister haben die da drüben, Saul Alvarez, meine Kopf frei. Und auch hier gegen Bebrahm zieht er sich bislang gut aus der Affäre. In Deutschland zurück, enger und enger zusammen, alle sind heute Abend hier am Ring anwesend. Wir begrüßen ganz recht herzlich Box Promoter von Universum Box Promotion, Herr Niesel. Unkrichter A, wer von 68 zu 64. Unkrichter T, 67 zu 65, beides für die rote Ecke, für Romy Petrahan und Unkrichter E, wer von 66 zu 66. Winner, the fighter in the red corner, Hovig, der Löwe, Bebrahan. Naja, man kann auch alles so hinbiegen, wie man es braucht.